Musik So Leute, willkommen zu diesem neuen Video, heute mit Adventskalendertürchen Nummer 6 und heute verlose ich eine Sache, die ich eigentlich gar nicht vor hatte zu verlosen, aber ihr habt mich im ersten Adventskalendertürchen darauf aufmerksam gemacht. Und zwar ist es diese ganz einfache Basic Standard Winterjacke, die ich auch schon in meinem Winterjackenvideo vorgestellt habe. Das Ganze gibt es auf Amazon für um die 50 Euro, das heißt, falls ihr die kaufen wollen solltet, habe ich euch das Ganze auch nochmal in der Beschreibung verlinkt, dann könnt ihr da gerne vorbeigucken. Und ich liebe die Jacke einfach im Winter, weil man die wirklich bedenkenlos tragen kann, ohne dass man sich irgendwie wegen dem hohen Preis oder so Gedanken machen muss. Und deswegen könnt ihr eben heute in diesem Video diese Jacke gewinnen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist ganz einfach das Video liken, meinen Kanal abonniert haben und in die Kommentare schreiben, was ihr am Winter mögt und was euch nicht ganz so gefällt. Und dann werde ich euch eben kontaktieren. Jetzt noch eine Info bezüglich des Adventskalenders selbst und ganz unabhängig von dem Türchen heute. Und zwar wird der Adventskalender, so wie ich ihn die letzten sechs Tage gemacht habe, so nicht mehr existieren, denn das Ganze wird aus aufmerksamkeitstechnischen und auch finanziellen Gründen abgeändert. Und zwar wird das Ganze jetzt so aussehen, dass ich in jedem Video bis zum 24. eine Sache verlose, also quasi so Adventskalendermäßig, nur dass es eben jetzt auf die ganz normalen Videos ausgeweitet wird und nicht jeden Tag ein kleines 1-2 Minuten Video kommt, weil die Videos dann natürlich auch nicht ganz so relevant sind und nicht ganz so viele Leute interessiert. Und die Videos natürlich auch eher minderwertig produziert sind und natürlich immer krasse Videos machen. Deswegen wird es jetzt bis Weihnachten in jedem Video ein richtig krasses Gewinnspiel geben. Das heißt, dass die nicht so heftigen Gewinnspiele wegfallen und die krassen Gewinnspiele für den Adventskalender bestehen bleiben. Das heißt, bleibt auf jeden Fall dran und schaut auch bei den ganzen anderen Videos vorbei. Die werden jetzt eben wieder aufwendiger und besser produziert. Und der Adventskalender mit den Daily Uploads wird jetzt erstmal eingestellt, sage ich mal. Und wie gesagt, die großen Giveaways walten sich eben auf die ganz normalen Videos aus. Wie gesagt, das war es für heute. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.